So, also, mein Weihnachtsgeschenkli ist jetzt da. Es ist ein schönes Flugrädchen im Koffer. Und jetzt gehen wir mal versuchen zu fliegen. Vielleicht fliegt es, vielleicht fliegt es nicht. Jetzt gehen wir eins fliegen! Wir können schon direkt hier in die Bäume rauf fliegen. Oh, wir sind ja schon auf dem Travel Mode. Okay. Vielleicht hätte ich zuerst sollen lesen, oder? No signal. Und jetzt habe ich mal herausgefunden, wir müssen zuerst ein Update machen auf dem Controller, bevor wir überhaupt etwas machen können. Please reboot. Connect to server. Fliegen wollen wir! Fliegen! Und nichts anderes! Du musst einfach fliegen. Du hast schon den Landkreis. Das ist doch super! Sie läuft! Danke! Danke Mike! Er hat es geschafft! Wo ist er? Er ist hinter der Kamera! Nein, ich habe schon mal ein Bild gemacht. Kopf! Was hat man noch fliegen können? Was ist unser Fazit? Ich glaube, wir schicken sie wieder zurück. Nein, eh nicht! Das ist geil! Fakt! Was sagst du dazu? Übung macht ein Meister, würde ich sagen. Aber es kommt gut. Ich würde sagen, ich brauche auch noch etwas Übung. Mir ist das nicht gerade so. Für alle die, die es zum ersten Mal brauchen, es steht überhaupt nur die Hälfte in Bedienungsanleitung. Genau! Aber irgendwie geht es schon. Es funktioniert! Yes! Schöne Weihnachtsgeschenke! Wieses Tränen! Juhuuu! Juhuuu!